Ja, wo in der Gibor? Das ist ja rechts. So! Ganz rechts, das ist... Ja, ja, der Meer ist noch blauer. Ja, der Meer ist noch blauer. Das wird ja nicht wieder kritisiert. Ach so! Es gibt auch danach nochmal 5 Minuten Zeit für den Pressen. So! Die Détection tourne aussi de manière en live sur la voiture. Donc le système de droite, il permet, il a sa main devant et on ne voit pas très bien sur l'image, mais il permet en fait de détecter tout un tas d'éléments de la route, du type des panneaux routiers, des usagers de la route du type des piétons, des voitures...